Wissen Sie, was das Tollste an Amerika ist? Hier kann man was verwirklichen wie nirgendwo sonst. Ihr seid hier, Bauer, eurer eigenen Zukunft. Ihr könnt eure eigene Zukunft kreieren. Sie wollen also hochwertige Himalaya-Plüschkatzen herstellen? Mit weicher Füllung, dann kann man sie besser formen. Wir sind Profis. Wir befriedigen Bedürfnisse. Hast du die Zahlen gesehen? Wir haben das ganze Internet-Ding zerstört. Wir werden wachsen oder aussterben. Tai sagt, er hat es alleine geschafft. So als würde man ernsthaft glauben, Stofftiere seien aus Gold. Hast du den Unfall gesehen? Echt Wahnsinn. Arme Beanies. Es war schon immer meine Firma. Die Firma war unsere Idee. Wir beide waren das. Wieso bist du so dramatisch? Ich habe eine Gehaltskürzung von 75 Prozent. Ja, ich tue nur das, was notwendig ist. Du weißt schon, die Alltagsgeschäfte führen. Ich lebe für diese Firma. Ich sehe, wo es hinführt. Ich sehe Anzeichen von Problemen. Genie ist ein Prozent Inspiration und 99 Prozent Präsentation. Nein, so sagt man das ganz sicher nicht. Nee. Ihr seid alles Gute, was mir jemals passiert ist. Wir sind verbunden für die Ewigkeit. Hast du je dran gedacht, ihn zu vergiften? Unzählige Male. Ich habe die perfekten Partner im Visier. Die Zeugen Jehovas. Die großartigsten Vertreter der Welt. Wie genial ist das? Das Ganze. Du bist vollzimmig! Ich spreche ausschließlich mit Oprah. Winfrey. Hat sie schon angerufen? Die Zeugen Jehovas. Die Zeugen Jehovas. Das Ganze. Untertitelung des ZDF, 2020